Hallo Netsch, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Break. Für du bist Anliegen, ich mit Köln und dem Markus. Und dem Chris. Mach du mal ein bisschen weiter, ich guck mal, was Markus gerade macht. Also, jetzt kommt da Gould rein, bestimmt. Was ich gerade treibe, ich mach Praktikantenarbeiten. Ja, unbezahlte Praktikantenarbeiten. Was musst du nicht machen, wenn du da drauf keinen Podcast machst? Ja, was denn sonst? Meinen. Meinen sind mir gut. Meinen gehen oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Kai, wir haben Handschellen. Was mit Handschellen haben wir. Alter, endlich hat Chris wieder sein Spielzeug, ja. Handschellen. Phantom Stone. Das da. Geist, oh, bin ich Gould, ey. Enderperlen? Wo haben wir das Zeug? Bist du gut, oder was? Ich bin gut, gut, bin ich gut, bin ich gut. Was, du bist Gould? Nee, du bist nicht Gould, du bist die... Ich bin hier, bin ich wieder. Hallo? Nein. Na, halt, warum? Du Arschloch, ey. Ähm. Enderperlen. Warum fehlt da ein halber Slap? Wo? Wo bist du denn? Oben. Ich mach den einfach wieder hin, ich kann ja direkt aufs ME-System zugreifen. Ähm, ähm, ähm. Wieder drin. Indiapilen. Haben das nur Enderperlen? Lad mal kurz mein Wireless-Terminal auf. Auf, Junge. Markus, wenn du, wenn du keinen Zinn mehr in dem Dings drin hast, dann kannst du dir aus dem System holen. Mhm. Da muss Zinn rein. In den Ofen unten. Mann Kai, komm, ich hab ein Rezept für dich. Noch Zinn drin. Komm mal. Aber ich hab jetzt grad keinen Bock mehr darauf, weil ich das jetzt auch schon wieder seit einer Folge mach. Ja. Weil das langweilig. Ja, ich mach hier. Naja, ich mach hier schmalen. Normalerweise ist das Hendrix Aufgabe. Ich bin hier krass. Ja, schmal. Wenn's mir Spaß macht. Hendrix macht das sehr nicht Spaß. Hol mir mal einen Stack Quartz bitte. Wieder, Kai. Danke. Eigentlich mach ich das immer, die Wege. Nein, wenn Hendrix da ist, macht er die auch. Nee, Hendrix macht eh nur Scheiße, das stimmt. Tut mir leid. Jetzt, guck mal, du musst nur in die Wüste gehen. Ja, da ist sogar Glas, Alter. Nee, nee, passt schon. Kannst du dir raus... Das ist ein Quartz, hab ich dir nur gegeben. Warte. Ein Phantom-Stone-Block. Stimmt voll. Ein Geist-Block. Kai, hilf, drücken. Alter, das ist so eine... Komm. Komm. Los, komm. Lass. Ah. Verschkeile. Also, wenn jetzt der Dings auf... Wenn jetzt der... Also, wenn ich jetzt aufnehmen würde, würde ich mir dachten, was treibt ihr denn da? Das tust du sowieso. Ein Crystal-Cluster. Da kommt Magie rein, Kai. Da kommt Magie rein. Guck, da kommt Magie rein, hab ich so gesagt, ey. So steil, ey. Ähm. Was kommt noch rein? Ein Crystal-Cluster. Kai, was sagst du? Ja, warte. Ey, warte mal, ey. Sicher? Da kommt doch... Junge, das ist ein Crystal-Cluster. Da will er mit... Mit Natur, ja. Quarz, 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 Quarz. Hab ich schon, Mann. Hatte ich erst es, das, Alter. Ender-Stone. Nein. Hä? Was ist da los? So, ich räum jetzt mein Inventor auf, nehm ein paar Ressourcen mit, dann haut dann ab. Ja, genau. Wander aus. Nein, bitte, Markus, bitte, nein, komm schon. Baum beim Crystal-Cluster. Kai, du bist auch manchmal so eine... Dumme... Ja, du... Kannst du es ausprobieren. Ja, aber es muss ja auch ein bisschen... Ne, bezweifle ich, ja. Da hatte ich sogar riecht. Oh, schloch. Ey. Ah, 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 ne, stimmt. Ich behinderte, ich lieg weiter. Das da. Kisten. Kisten, komm schon, Kisten. Kisten sind geil, Lu, ja, so schön, die keine Ahnung. Nein. Wechselbar. Gift. Weil wir uns ja vegan ernähren. Oh, sind wir blöd. Hä, und was gibt da rein? Brot im System? Oder Weizen? Ne, wir benutzen gar keine Brote mehr. Wir benutzen ja jetzt diese Kanister, wo die sich automatisch... Ja, was, was, was macht man bei den Crystal-Cluster? Man verbindet die Crystal-Cluster. Ja, so ein Kanister besitze ich nicht. Ich weiß nicht, wie behindert, gell. Hä? Was hast du gesagt, Markus? So ein Kanister besitze ich nicht. Ja, ich weiß, du brauchst auch noch Dings. Hol mal Quarz. Ja, bitte. Äh, du brauchst den Quantum-Helm. Den hast du doch, oder? Äh, nein. Kai, mach mal den mal, ey. Was braucht der einen Quantum-Helm? Dass er einen hat. Hättest du gedacht, ey? Händest du doch, Kai. Mann, Kai, du bist ja wirklich doof, ey. Kai mag mich einfach nur nicht, weißt du? Nee, ich will das jetzt machen. Wenigstens das hier noch. Werd' auch so. Und meine Fassi. Stimmt, aber wir sind echt dumm, alter. Kristalle werden verbunden, ja, was los? Oh, ist denn wie dumm? Besonders ein Cluster. Ja, eben. Die siehst, reichen nicht, oder? Um eins Seed, oder so? Was machst du, Chris? Ich mache nicht viel, ich hole mir nur noch ein Wutsch-Team. Was holst du dir? Forge-Champ! Irgendwas? Nimm dir doch jetzt dieses Dings mit drunter, solange du unten bist. Dann kannst du den doch mitnehmen. Ach so, ja, stimmt. Wo habe ich den denn? Da habe ich ihn. In meiner Kiste, glaube ich. Nee, nee, nee. Ich lege mal mein ganzes Zeug weg, weil ich mich jetzt mal um Markus seinen Schwerden kümmere. Ja, ich mache mal ein bisschen weiter. Ich mache dir immer doppelt die Rezepte. Mhm, mach das. Hm. Oh, da mein Hunger ist schon wieder so runter. Ah, das wollte ich machen. Boah, bin ich behindert. Das wollte ich doch machen, du, ey. Boah, bin ich nicht gerade schlug, ey. Ich wollte mir meine Dings machen. Was willst du jetzt, Kai? So. Ich um deine Beschwerden kümmern. Ich um deine Beschwerden kümmern. Ich habe keine Beschwerden. So wie so ein Krankenschwerster. Ich kümmer dich jetzt um deine Beschwerden. Tju, 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 tju. Was könnte denn jetzt anfangen? Ich will... Kristall, will ich. Wir haben so viel Weizen. Weed. Weed. Weed, bitch. Hurt, hurt, hurt. Close down. Flash, licht. Das war sogar richtig? Dauert das lange. Was? Was du da tust. Geh ich nicht, mich gerade eine XP holen, weil ich mir meinen Diamantenschwert verzaubern. Warum ist die Mobfalle eigentlich aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil die aus ist. Die ist ja nicht die ganze Zeit an. Du musst ja davorstehen, dass die Monster spawnen. Ja, weil das Licht ist an. Oh, Eisenroblems. Tja. Schon nur ganze Weile sind die da drin. War schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß. Ich wollte es dir nur sagen. Das war das letzte jetzt nochmal. Das war Luft, glaube ich. Ja, war Luft. Oh, scheiße. Das ist das, von was Chris lädt. Von Luft. Ja, du lebst ja auch von Luft, du Eischluch. Close. Okay. Ich will jetzt mit Glas anfangen. Da, hier. Und Auge, das will ich doch gar nicht anfangen. Was passiert hat. Der war, dass du die zweimal machen musst, ne? Und darfst du sie nicht einnehmen, sonst kann ich die nicht mehr machen. Oh, Googles. Googles auf. Friwi-Geling. Kei, ich hab die Google zu finden. Wie, was hast du hier jetzt hingekriegt? Mit Auge. Hm, wie viel Dias wir wieder haben. Voll wenig. Ja, nur 76. Hm. Tool, also Rüstung auf jeden Fall, weil das ist ja eigentlich ein Teil der Rüstung. Magie auf jeden Fall. Ja, muss mal kurz weg. Okay. Jo. Äh, Markus? Was könnte das noch sein? Was könnte das denn noch sein? Das da vielleicht? Nein. Hm, das auch nicht. Trinks aber, komm schon, bitte, guck mal. Ich muss der Morde jetzt weg. Das war's. Das da war's. Das war das da. Und Leather war's. Ich hol mal kurz Leder nochmal neu. Was könnte das noch sein? Lol, wir haben gar kein Leder mehr, gell, im System. Wir haben jetzt null Leder, weil ich alles rausgetan hab. Sollte mal wieder Kühle töten gehen. Hm, was könnte das denn noch sein? Bewegung vielleicht? Verbindung! Genau, das hab ich nicht. Aber ich glaub, das könnte auch nicht sein. Verbindung? Ich weiß nicht. Obwohl. Komm schon, bitte. Nein! Boah! Ist das kompliziert. Hast du schon Glas, also Kristalle? Ja, ja, hab ich. Hast du schon Maggi? Ja, klar, natürlich. Rüstung hab ich auch schon. Alter. Vielleicht Metall? Nein. Belesenheit! Ach so, behindert. Ja, guck mal, Belesenheit. Weißt du, Brille, weißt du? Besteh's, ey. Und Neterwarzen brauch ich, Kai. Die hast du. Die sind unten in den Dings. Echt? Okay. Ich hab alles in die Kiste gelegt. Nee, Tawarzen, da. Hoffentlich langen die, ey. Ich wünsche Markus, wir werden mal wieder hier schnell. Komm schon, Auge, komm. Wo ist das Auge noch drauf? Auf Clowstone, genau. Alter, wie die Kiste so oft übergefüllten sind. Welche Kiste? Kisten. Aber welche? Oder Mobfarm. Ach so, ja, das ist doch normal. Komm schon, sieben Meter war's. Markus? Nein! Wie, wenn wir kein Dings mehr haben. Vielleicht ist er kurz auf Toilette oder so. Obwohl, kurz Toilette ist bei Markus. Der hat grad was gegessen. In game. Das ist natürlich ungünstig. Alter, die imprägnierten Kaises sind meine Dia-Chess. Was ist denn das für eine dumme Idee? Hm. Kai, kann das sein, dass wir gar keine Netawarzen mehr besitzen? Ja. Warum hast du wenigstens nicht eine aufgehoben? Ich hab vergessen, dich dran zu ändern. Hm. Gut zu wissen. Scheiße. Wo krieg ich das jetzt? Ich brauch nur ganz wenig. Slimebälle haben das gleiche wie Netawarzen. Echt? Ja. Okay. Mag mal Slime oder welcher. Ne, normale Slimes. Bälle. Hey. Komisch. Ich hör jetzt aber auch mal auf, aufhören zu zaubern. Das Rezept liegt unten drin, gell, für die Googles. Da kannst du gleich zwei Googles machen. Zwei Googles! Kümmer mich grad wieder um die Bienen. Hallo, was? Warum kümmerst du dich um meine Bienen? Ja. Hallo? Hallo? Ja, aber hallo? Wir hatten dir das erlaubt, hä? Ich? Hä? Hä? Für wen, für wen hältst du dich eigentlich? Für mich. Oh mein Gott. Du bist aber tool, ey. Du bist so gut, ey. Das hätt ich ja nie gedacht, ey. Nein, ach, du scheiß fucker. Komm her. Und der Eimer. Ah, Mann. Oh mein Gott. Hast du, hast du meine... Ähm, du hast mir keine Googles gemacht. Natürlich hab ich die Googles gemacht. Nein. Es sind Googles. Hä? Nein. Es sind... Ich hab's genau das gleiche gemacht, wie die Googles. Doch. Ich hab'n Golem bekommen, oder so. Da. Oh, du Depp. Was denn? Ich hab's doch noch drin gehabt, im Table, Junge. Ach so. Behindertestück Scheiße, ey. Ich hab' aber gar kein Golem. Das war'n Rezept, was wir noch nicht hatten. Und's vergessen haben, zu machen. Du hast jetzt... Jetzt hast du was, was ich nicht hab', Kai. Ja, dann musst du einfach immer anfangen. Toll gemacht, Kai. Toll gemacht. Ah, als wär das jetzt so schlimm. Was hab' ich denn jetzt überhaupt bekommen? Ja, irgendwas mit Golem. Weil da war was drin, was... Was nicht ich... Was ich nicht in die Ecke gelegt hab', Kai. Bisschen nachdenken, Mann. Ich hab's extra... Oh, scheiß, ich hab' gar keine Uhr gestellt. Merk ich grad. Egal, wir machen das noch zwei Minuten, oder so. Ich hab's extra nur in die Ecke gelegt, dass du siehst. Okay. Aber das war echt unwichtig. Das kannst du dir auch noch machen. Und wie macht man das, du schlaues Kind? Ich denk', das geht erst später. Aber das war eh nicht wichtig, weil das war, ähm, ne Rüstung für, äh, für die Golems. Trotzdem. Das finde ich sehr respektlos. Entschuldigung, ich hab' gedacht, das waren die Sachen, die du gemacht hast. Ja, genau, ich so, ich hab', du hast doch gesehen, ganz genau, dass das eine so abseits stand, ja? Und das eine und das andere nicht. Bisschen nachdenken, mein Freund. Alter. Mecker nicht rum. Ich mecker aber rum. Du weißt, ich bin eine Meckerziege. Mäh, 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 ich bin eine Meckerziege. Hallo, ich bin eine Meckerziege. Guck mal nach mein Bienchen. Ich guck mal nach mein Bienchen. Hallo. Wie viele von ihnen guck? Ich mach' erst mal zwei. Du brauchst nur zwei Brille. Falls du das meinst. Aua. Du doofe Wisp. Was hast du hier verloren? Du Arschlochwisp. Oh, Mann. Halt doch mal still. Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Arschlochwisp. Immer diese doofen Wisp. Da hab ich noch zwei Brille. Da hab ich nix und hier hab ich wenigstens drei. Jawohl. So ist geil. Wir tun aber die besseren Brille. Die Dinger rein. Brille. Alldinger. Mhm. Würde ich auch sagen. So. So, so, so. Und? Servus. Hallo. Na, Markus. Hallo. Was geht denn? Wo warst denn du? Ich hab gerade ein unverhofftes Mittagessen bekommen. Was hast du? Nee. Kannst du mir mal ganz schnell deine, dein Helm und deine, 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 deine Schuhe geben? Aber du kriegst jetzt bessere. Oder willst du keine besseren? Pua. Ich mach deine Brennstraße. Hallo, da ist ein Zombie-Picknick. Hallo. Und tschüss. Bitt dir jetzt mit, bitt dir jetzt mit Magie rum oder was? Nö, also ich hab jetzt keine Lust mehr auf Magie. Weil wir haben jetzt diese coole Brille, mit denen wir sehen, wo was, wo was Böses lauert und was nicht. Das ist ziemlich cool. Wo als schlechte Magie... Der Quantum-Helm, oder was? Der Quantum-Helm, oder was? Nee, nee. Was anderes. Du kriegst aber, dann wirst du gefüttert wie so ein kleines Kind. Ja. Das wär schön. Wenn du, wenn du... Wenn du, ähm... Dieses Dosenfutter isst, wirst du gefüttert wie so ein kleines Kind. Äh, wenn du das Dosenfutter im Inventar hast, wirst du gefüttert wie ein kleines Kind. Wird da so ein Löffel gezogen und dann... Und dann gibt's Bäuerchen und dann hast du keinen Hunger mehr. Wie, also... Die vollen Zinkkannen, die restlichen liegen immer hier in der Kiste hier. Guck, was in diese Zinkkannen, damit wirst du dann immer gefüttert wie so ein kleines Kind. Wie so ein kleines Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein. Und wenn die halt, äh, leer sind, musst du die hier zum Nachfüllen reinlegen. Da. Da, dann musst du Brot nachlegen und dann wird nachgefüllt. Ja, oben ist ja Brot im Hopper. Darum kümmert man sich meistens, da muss da Brot und sowas drin ist. So. So, jetzt hab ich schon wieder einen Sekt dabei, das ist perfekt. Der Rest kommt immer hier rein, in die Diamond Shests unten rechts so. Da siehst du's ja immer. Alles, was du über hast, dabei, kommt da hin. So. Und, wie geht's, mein Bären so? Hallo, Bären. Oh, guck mal hier, das ist voll geil. Naja, das ist ein bisschen... doof gelöst, dass man hier einmal sich wehtut, aber meine Gute. Ja, äh, deine Sachen sind in der Ladestation, Marc. Oh, jetzt war schon mal... Oh, das ist ein Fiedeltin, Bären. Das ist geil, ey. Da würd ich aber trotzdem mal sagen, bewerten, ich vergesse noch bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, dass du bei Fiedeltin bist. Ah, nee, ich mit dem Kai, mit mir, dem Christian und mit dem Markus. Tschüss! Tschüss! Ciao! Markus sagt Tschüss. Markus? Tschüss von Markus. Ja, okay, tschüss von Markus. Tschüss!